Todgesagte leben länger, sagt man. Doch was, wenn man sich selbst totstellt? Bleibt die Zeit dann einfach stehen? Manche Fragen kann man einfach nicht beantworten. Man kann ihnen nur aus dem Weg gehen. Ist ein Künstler tatsächlich in der Lage, die Ursachen für sein Handeln in Pforte zu fassen? Oder für sein Nicht-Handeln? Ich bin Steve Nagawi. Künstler. Unabhängig. Süchtig nach Antworten. So wie ihr. Es wird Zeit, euch ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu lassen. Das kann auch gefährlich sein. Denn niemand stellt sich freiwillig zu nah ans Gleis. Und macht sich angreifbar. Scheiß drauf. Musik Musik Vloggen heißt schlecht aufgenommen, schlechtes Licht und ein mieser Sound. Amateurhaft geschnitten ist das ein bunter Salat mit den Zutaten Eitelkeit, Selbstinszenierung und dem Bedürfnis, sich selbst gerne beim Reden zuzuhören und sich beim Essen selbst zuzugucken. Next stop, Hamburg Central Station. This train terminates there. All passengers are requested to leave the train. Obwohl ich nur fünf Jahre lang mit dieser sympathischen Stadt verheiratet war. Mein Herz ist hier in Hamburg geblieben. Und es schlägt hier immer noch. Seit August bin ich wieder ununterbrochen im Tonstudio. Und irgendwie fiel mir die Decke auf den Kopf. Also was kann es Schöneres geben, als meinen freien Tag zu nutzen? Um meinen Freund und Kollegen mal bei der Arbeit zu bewundern. Hamburg 2019, Starlights. Heute überrasche ich Nico Wieditz auf frischer Tat bei seinem Konzert. Er weiß nicht, dass ich komme. Aber ich muss auch mal raus. Am 16. November um 18 Uhr verwandeln Starlights und Bose die Kulturkirche Altona in ein Feuerwerk aus Rock, Pop, Filmmusik, Musical, Klassik und Wunschmusik. Erleben Sie die größte Kirchenorgelschule Deutschlands. Vom Phantom der Oper über Harry Potter bis hin zu Abba, Queen, Gladiator, Braveheart, Bach, Linking Park, die Pischmode. Jetzt kommst du zu mir und sagst. Das muss ich sehen. Buona sera. Buona sera. Wir beide kennen uns schon viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir. Bevor sich das Tor zum Himmel für die Besucher öffnet, empfängt Herr Wieditz für gewöhnlich eine erlesene Auswahl von VIP-Gästen. Dort oben stellt sich der Lieblingsstraßenmusikant Gottes den Fragen seiner Fans. Lass euch nicht stören. Hi. Schön. Ja, ich wollte das ja auch mal gucken. Gucken. Hallo. Grüß dich. Hi. Wolltest du auch mal gucken. Hallo. Hi. 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 Lass dich nicht stören. Super. Beeindruckend. Dieser Typ zieht die gesamte Produktion im Alleingang durch. Und deswegen glaube ich mir, es muss was sein, dass es so klingt, wie ich es mir vorstelle. Ich mache alles gleichzeitig. Ich mache alles gleichzeitig. Genau. Also das. Also das ist wirklich multifunktional. Ja, Starlights 2019. Aber so richtig kann ich mir darunter nichts vorstellen. Nico, sag mal, was ist denn das? Was erwartet uns heute Abend? Kirchenorgel wird ganz cool heute. War das, war es das nicht mehr? Eine coole Kirchenorgel? Eine coole Kirchenorgel und coole Leute dabei. Das ist eigentlich alles. Na ja, da bin ich mal gespannt. Also ich erwarte gar nichts von heute. Ich lasse mich überraschen. Nico, vielen Dank. Vielen Dank fürs Nicht-Einladen. Ich habe ihn überrascht, wie ihr wisst. Ja, bis gleich. Sein Konzept ist so einfach wie genial. Der Meister persönlich schwebt über den Köpfen seiner Anhänger und schwört sie auf das ein, was jeweils folgen soll. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mich das an irgendetwas erinnert. Und zu meiner ganz besonderen Freude kam dann auch noch einer meiner Lieblingssongs. Ja, bis zum nächsten Mal. Let me see you straight down to my goal Let me hear you make decisions Without your television Let me hear you speaking just for you Let me see you straight down to my goal Let me hear you speaking just for me Let me hear you speaking just for me Let me hear you crying just for me Let me hear you speaking just for you Let me hear you speaking just for you Kaum zu glauben, die zweieinhalb Stunden verging wie im Flug Ich finde die Idee sehr originell Und wenn sich heute einer feiern lassen darf Dann ist das mein Freund Nico Wiedetz Auch heute hier gewesen Nico Wiedetz, Starlight The cone has a voice He talks to me Still born by choice I can't hear you I can't hear you I can't hear you We shall meet We shall meet I know Stay on my love We shall meet I know I know I know I know I know I know What you are I know